Vision Expo West 2024, Las Vegas, Nevada. Alles rund um die Augenpflege, außer Kosmetik. So lässt sich die Vision Expo am besten beschreiben, denn sie ist Messe und Kongress für Augenoptiker in einem. Hier trifft die neueste Technik der Augenheilkunde und Augenoptik auf Brillen und Mode. Man kann aktuelle Trends entdecken, mit innovativen Technologien interagieren und neue Produkte sowie Dienstleistungen kennenlernen. Diese Messe ist weit mehr als nur eine Ausstellung. Sie vereint einen Kongress für Augenoptiker mit den neuesten technologischen Errungenschaften der Augenheilkunde und Augenoptik. Innovation trifft auf Mode und die über 12.000 Fachbesucher haben die Möglichkeit, die neuesten Entwicklungen im Bereich der Augenpflege kennenzulernen. Die Vision Expo findet jährlich zweimal in den USA statt. Einmal an der Ostküste und einmal hier im Westen in Las Vegas. In diesem Jahr präsentieren sich wieder über 350 Aussteller, die das gesamte Spektrum der optischen Industrie abdecken. Von modernen Brillenfassungen bis hin zu fortschrittlichen Hilfsmitteln für die Augenheilkunde. Es erwartet die Besucher ein spannendes und abwechslungsreiches Programm. Die diesjährige Veranstaltung wird als eine der spannendsten in der Geschichte der Vision Expo angesehen. Die Stimmung ist hervorragend und das Publikum scheint voller Energie. Viele Beteiligte berichten von einem starken Aufschwung in der Branche, der durch die höchste Anzahl an registrierten Fachbesuchern unterstrichen wird. Es fühlt sich an, als wäre die Branche nach herausfordernden Jahren des Wandels und der Anpassung wieder in Hochform. Unter den Ausstellern sind zahlreiche deutsche Unternehmen vertreten, die ihre neuesten Technologien und Produkte präsentieren. So zeigt sich beispielsweise Schneider Optical, ein globaler Anbieter von Systemlösungen für Brillen und Präzisionsoptiken mit einem einladenden Messestand. Sie präsentieren nicht nur ihre fortschrittlichen Maschinen, sondern auch innovative Fertigungslösungen, die großes Interesse wecken und zu wertvollen Kontakten führen. Neben Schneider Optical sind auch viele weitere bekannte Namen aus Deutschland vertreten, darunter Carl Zeiss und Bühler. Darüber hinaus bietet die Messe eine breite Palette an Brillendesigns, von preiswerter Massenware bis zu hochpreisigen Luxusgestellen. Die Designs reichen von popkulturell inspirierten Kreationen bis hin zu exklusiven Boutique-Kollektionen, die bei den Fachbesuchern auf großes Interesse stoßen. Die positiven Rückmeldungen der Teilnehmer aus Europa, Asien und den USA verdeutlichen, dass die Vision Expo West 2024 nicht nur eine Plattform für den Austausch von Ideen und Innovationen ist, sondern auch ein Ort, an dem die Zukunft der optischen Branche gestaltet wird. Die Branche blickt nun voller Vorfreude auf die nächste Veranstaltung, die bereits in Orlando, Florida geplant ist. Bleiben Sie dran, um mehr über die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt der Augenoptik zu erfahren.